hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu deadpool wir sind stehen geblieben beim seelen fangen wir haben einen komischen lustigen grünen clown auf dem rücken und ich glaube da müssen wir irgendwie die seele einspüren aufspüren und einsperren so ich gehe einfach mal da lang ich habe jetzt auch schon länger wieder nicht mehr gespielt also verzeiht mir falls ok na gut dann geht es halt ich habe die falschen waffen fällt mir gerade auf ich wollte gerade ich will den haben ich will den haben ach verdammt der axt ja ich wollte gerade sagen verzeiht mir wenn die kampf action jetzt nicht wieder gerade nicht so ganz so prickelnd ist mit weiß ich nicht ordentlich kombos und so was ist da los ach nö nicht hier schon wieder ok dann sollte ich vielleicht doch wieder die großen bummen nehmen ach verdammt diese perner gesichter ach was ernsthaft die 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 Du bist sehr scharf, oder? Yey! man will man einfach mal ganz gemütlich ein bisschen spiel spielen und dann die kammer da verarschen gerade Okay, ähm, wo ist er? Ouch. Pernergesicht. Warte mal, ich habe keine Muni mehr für die Arme. Ah, das war so klar. Das war so klar, das war so klar. Geht ja schon wieder gut los. So ist der Penner. Nicht mit mir. Och, was? Jetzt haut der auch wieder ab. So. Das war es jetzt hoffentlich erstmal. Und siehe da schon, sind die Tore offen. Na, da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Weil wenn ich mir die Kapitel so ansehe, muss es ja doch schon irgendwie dem Ende nahe sein. Mit dieser ganzen Aktion. Uah! Wenn es so weiter geht, dann ist es wirklich dem Ende nah. Was du kannst, kann ich auch. Was? 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 Ich... what? Was? Wem? Oh Fertig mit töten und jetzt Munition voll So, wundervolle Lady Death Lady Death Oh, hier gibt es ja noch, ganz schön viel zu holen Ein bisschen hier von, ein bisschen davon Ein bisschen da an Punkte sammeln Und hier noch und hier auch noch, ne Ui, 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 ui Noch mehr? Ne Schau, ach doch, da Alter Oh je, ich ahne Ich ahne Böses Ich ahne Böses, wenn ich jetzt hier so viel Zeug sammeln kann, dann Heißt das nichts Gutes Oder ist das wieder mal so ein Gag von Hi Boon Oh, da ist auch noch was Zap, zap Wieviel haben wir denn jetzt 184.293 Wie komme ich in das Menü? Ich habe es vergessen Nein, das war es nicht Okay, das war es auch nicht Wieso vergesse ich einen jedes Mal Oh, Entschuldigung, wollte ich dich Ah, perforated Okay, das war es nicht Dann, ähm Bin ich doof jetzt Bin ich jetzt Ja, ich bin doof Ach, cool Aha Ich habe echt die Taste vergessen Sag mal Das kann doch nicht wahr sein Ah, ich habe es geschafft Ah, ich habe es geschafft I don't know, it doesn't really match my outfit Wirklich jetzt Die einzige Taste, die ich die ganze Zeit ausgelassen habe Ah, wir haben Blendgranaten Ne, Granaten interessieren mich eigentlich nicht so Äh, Millers handgemachte Fallen Bärenfallen Ne, die will ich auch nicht Landminen, bin ich auch nicht so Fan von 20 Pfund Hämmer Gut zum Töten, aber nicht für hohe Kombos Trifft mit der Härte eines Lastwagens Sollte im Fernsehen nicht gezeigt werden Na gut, wir zeigen sie auf YouTube Ähm Die Schotflinten Kaufen? Ja Und die kosten Ach so, die kosten 150.000 Oh fuck Oh fuck Kann ich da wahrscheinlich noch nichts kaufen Weil ich noch nichts gemacht habe Ja, richtig Ich muss erst ein bisschen töten damit Dass ich da was machen kann Ah, was kann man denn hier machen Erhöht die Anzahl aller Wurfobjekte um 2 Braucht man nicht Verdoppelt die Häufigkeit von Gesundheitsbelohnungen Bei jedem vierten Treffer Erhöht die erhaltene Gesundheit um 50% Absorbiert Schaden von Treffern Die deine Kombo brechen Nutze den Angriff mit Umschalt Kuh bei voller Ladung um 10 Sekunden Um besiegbar zu sein Ne, da Ganz ehrlich Da kacke ich drauf Weil das vergesse ich sowieso immer Fülle eine ganze Leiste Mit dem Umschalt Und E-Angriff Und richte 10 Sekunden lang Doppelten Schaden an Mh Mh Um 10 Sekunden lang Die doppelte Belohnung Für jedes gewonnene Momento Zu erhalten Einmal einen kleinen Momentum Bonus Wenn ein Gegner deine Kombo beondert Du hast zusätzlich erhaltene Momentum Die Häufigkeit von zusätzlichem Momentum Bei jedem fünften Treffer Was haben wir da? Verdoppelt die Häufigkeit kritischer Treffer Menge an kritischer Treffer Mh Mh Achso Das kann ich nicht mehr machen Bei jedem fünften Treffer Dann machen wir erstmal das Zack Und das hier kostet 75.000 Kann ich nicht mehr machen Na okay Aber Egal Egal Wir haben das gemacht Und Yes Jetzt Jetzt probiere ich mal Oh yeah Oh yeah Okay Alles klar Hallo Lady Death Ey lauf doch nicht davon Willst du hin? Bleib stehen Super die Frau Die ist super Die hat Ich glaube mit Death Licht Was? Ähm Kannst du jetzt mal Hä? Ich will die Truhe auf Ach Jetzt macht er Ah cool Äh Ja Oh was? Oh 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 Ah Ah Death Bleib stehen Mann Jetzt mach doch mal Die Kisten auf Oh man Ich sollte die Kisten hier sammeln Wenn er die nicht aufmacht Verdammte Axt Mann jetzt mach die verdammte Kiste auf Na alter Na alter Ey das ist Das ist Ganz und gar nicht cool Überhaupt nicht Überhaupt nicht Wie sollt ihr die Kisten aufmachen? Der macht die einfach nicht auf Mach die verdammte Kiste auf Oh er macht sie einfach nicht auf Die macht er wieder auf Was gibt's da nicht? Alle Oh babe Where are you going? A better view of what's to come Stay your course Do not panic Mach der jetzt auf Dann macht er wieder auf Okay Alles klar Super Ganz toll Das die ja alle so Monstertitten haben Das ist ja unglaublich Sogar der Tod Sogar Frau Tod Unglaublich So Wir haben nicht alle Kisten gesammelt Weil Deadpool zu dumm ist Die Kisten aufzumachen Autsch Oh Das ist heiß Aber wir haben hier Oh Gott Oh Gott Hier dieses doofe Rumgespringe Das liebe ich ja Und jetzt Und jetzt Och Ernsthaft Cool Geil 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 Und nochmal geil Cool Die Teamachter natürlich auf Die Tue Er ist so super Ähm Ach cool Okay Das ist super Das ist super Das gefällt mir Er mit seinem Senf Ja ich geb dir gleich Senf Auf die Rübe ey Oh Ein Hebel Wofür ist der wohl gut Gut Oh yeah Sehr cool Sehr cool Einfach BAM Ich könnte das jetzt Da könnte ich jetzt Könnte ich jetzt stundenlang dran hocken Und einfach bloß hin und her rennen Und Gegner töten Hallo Und Punkte sammeln An Das ist natürlich gar nicht gut Da hab ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet Wir machen das nochmal Oh fuck Ach so Okay Gut Ich hab's verstanden Da oben ist Da oben ist ein F Äh V Oh man Jetzt Jetzt geht aber rund hier Fuck Ich erwisch die Tasche Die blöde Taste erwisch ich dich rechtzeitig So Hey BAM Oh yeah Ähm Darf ich bitte Ja danke Da komm ich wieder nicht hin Da drüben kann er rangehen Aber da nicht Alter So fliege ich so bescheuert Ach du Scheiße Ups Alter Die tun ganz schön weh Ah die Fassmaschine Äh Okay Ich hab's verstanden Das ist ja einfach Oh Das ist ja gemein Oh Geh mir aus dem Weg Das war super BAM Oh die gute Fassmaschine Jetzt ist sie wieder weg Eine super Belohnung Die Seele Scheiße Tüüü Tüüüüüüüüüüüüüow Vielen Dank.